Kapitel 4 von Brennendes Geheimnis von Stefan Zweig Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Angriff Nun schien es dem ungeduldigen Jäger an der Zeit, sein Wild anzuschleichen. Das familiäre, der Dreiklang in dieser Angelegenheit missfiel ihm. Es war ja ganz nett, so zu dritt zu plaudern, aber schließlich plaudern war nicht seine Absicht. Und er wusste, dass das Gesellschaftliche mit dem Massenspiel seiner Begehrlichkeit das Erotische zwischen Mann und Frau immer retardiert, den Worten die Glut, dem Angriff sein Feuer nimmt. Sie sollte über der Konversation nie seine eigentliche Absicht vergessen, die er, dessen war er sicher, von ihr bereits verstanden wusste. Dass sein Bemühen bei dieser Frau nicht vergeblich sein würde, hatte viel Wahrscheinlichkeiten. Sie war in jenen entscheidenden Jahren, wo eine Frau zu bereuen beginnt, einem eigentlich nie geliebten Gatten treu geblieben zu sein, und wo der purpurne Sonnenuntergang ihrer Schönheit ihr noch eine letzte, dringlichste Wahl zwischen dem Mütterlichen und dem Weiblichen gewährt. Das Leben, das schon längst beantwortet schien, wird in dieser Minute noch einmal zur Frage. Zum letzten Mal zieht er die magnetische Nadel des Willens zwischen der Hoffnung auf erotisches Erleben und der endgültigen Resignation. Eine Frau hat dann die gefährliche Entscheidung, ihr eigenes Schicksal oder das ihrer Kinder zu leben, Frau oder Mutter zu sein. Und der Baron, scharfsichtig in diesen Dingen, glaubte bei ihr gerade dieses gefährliche Schwanken zwischen Lebensglut und Aufopferung zu bemerken. Sie vergaß beständig im Gespräch, ihren Gatten zu erwähnen, der offenbar nur ihren äußeren Bedürfnissen, nicht aber ihren, durch vornehme Lebensführung gereizten Snobismus zu befriedigen schien, und wusste innerlich eigentlich herzlich wenig von ihrem Kinder. Ein Schatten von Langeweile, als Melancholie in den dunklen Augen verschleiert, lag über ihrem Leben und verdunkelte ihre Sinnlichkeit. Der Baron beschloss, rasch vorzugehen, aber gleichzeitig jeden Anschein von Eile zu vermeiden. Im Gegenteil, er wollte, wie der Angler den Haken lockern zurückzieht, dieser neuen Freundschaft seinerseits äußerliche Gleichgültigkeit entgegensetzen, wollte um sich werben lassen, während er doch in Wahrheit der Werbende war. Er nahm sich vor, einen gewissen Hochmut zu utrieren, den Unterschied ihres sozialen Standes scharf herauszukehren, und der Gedanke reizte ihn, nur durch das Betonen seines Hochmutes, durch ein äußeres, durch einen klingenden aristokratischen Namen und kalte Manieren, diesen üppigen, vollen, schönen Körper gewinnen zu können. Das Heißspiel begann ihn schon zu erregen, und darum zwang er sich zur Vorsicht, den Nachmittag verbliebe er in seinem Zimmer, mit dem angenehmen Bewusstsein, gesucht und vermisst zu werden. Aber diese Abwesenheit wurde nicht so sehr von ihr bemerkt, gegen die sie eigentlich gezielt war, sondern gestaltete sich für den armen Buben zur Qual. Edgar fühlte sich den ganzen Nachmittag unendlich hilflos und verloren. Mit der Knaben eigenen hartnäckigen Treue, wartete er die ganzen langen Stunden unablässig auf seinen Freund. Es wäre ihm wie ein Vergehen gegen die Freundschaft der Schienen, wegzugehen oder irgendetwas allein zu tun. Unnützt rollte er sich in den Gängen herum, und je spät es wurde, umso mehr füllte sich sein Herz mit Unglück an. In der Unruhe seiner Fantasie träumte er schon von einem Unfall oder einer unbewusst zugefügten Beleidigung und war schon nahe daran, zu weinen vor Ungeduld und Angst. Als der Baron dann abends zu Tisch kam, wurde er glänzend empfangen. Edgar sprang, ohne auf den abnahmenden Ruf seiner Mutter und das Erstaunen der anderen Leute zu achten, ihm entgegen, umfasste stürmisch seine Brust mit den mageren Ärmchen. »Wo waren sie? Wo sind sie gewesen?«, rief er hastig. »Wir haben sie überall gesucht.« Die Mutter errötete bei dieser unwillkommenen Einbeziehung und sagte ziemlich hart, »So asasch, Edgar. Asietor.« Sie sprach nämlich immer Französisch mit ihm, obwohl ihr diese Sprache gar nicht so sehr selbstverständlich war und sie bei umständlichen Erläuterungen leicht auf Sand geriet. Edgar gehorchte, ließ aber nicht ab, den Baron auszufragen. »Aber vergiss doch nicht, dass der Herr Baron tun kann, was er will. Vielleicht langweilt ihn unsere Gesellschaft.« Diesmal bezog sie sich selber ein, und der Baron fühlte mit Freude, wie dieser Vorwurf für ein Kompliment warb. Der Jäger in ihm wachte auf. Er war berauscht, erregt, so rasch hier die richtige Fährte gefunden zu haben, das Wild ganz nahe vor dem Schuss nun zu fühlen. Seine Augen glänzten, das Blut flog ihm leicht durch die Adern, die Rede sprudelte ihm, er wusste selbst nicht wie von den Lippen. Er war, wie jeder stark erotisch veranlagte Mensch, doppelt so gut. Doppelt er selbst, wenn er wusste, dass er Frauen gefiel, so wie manche Schauspiele erst feurig werden, wenn sie die Hörer, die atmende Masse vor ihnen, ganz im Bann spüren. Er war immer ein guter, mit sinnlichen Bildern begabter Erzähler gewesen, aber heute, er trank ein paar Gläser Champagner dazwischen, die er zu Ehren der neuen Freundschaft bestellt hatte, übertraf er sich selbst. Er erzählte von indischen Jagden, denen er als Gastfreund eines hohen, aristokratischen, englischen Freundes beigewohnt hatte, klug, dies Thema wählend, weil es indifferent war und er andererseits spürte, wie alles Exotische und für sie Unerreichbare diese Frau erregte. Wen er aber damit bezauberte, das war vor allem Edgar, dessen Augen vor Begeisterung flammten. Er vergaß zu essen, zu trinken und starrte dem Erzähler die Worte von den Lippen weg. Nie hatte er gehofft, einen Menschen wirklich zu sehen, der diese ungeheuren Dinge erlebt hatte, von denen er in seinen Büchern las, die Tigerjagden, die braunen Menschen, die Hindus und das Jagannath, das furchtbare Rat, das tausend Menschen unter seinen Speichen begrub. Bisher hatte er nie daran gedacht, dass es solche Menschen wirklich gäbe, so wenig wie er die Länder der Märchen glaubte und diese Sekunde sprengten ihm irgendein großes Gefühl zum ersten Male auf. Er konnte den Blick von seinem Freund nicht wenden, starrte mit gepresstem Atem auf die Hände der Hart vor ihm, die einen Tiger getötet hatten. Kaum wagte er etwas zu fragen und dann klang seine Stimme fiebrig erregt. Seine rasche Fantasie zauberte ihm immer das Bild zu den Zählungen herauf, er sah den Freund hoch auf einem Elefanten mit purpurner Schabracke, braune Männer rechts und links mit kostbaren Zurbans und dann plötzlich den Tiger, der mit seinen gebleckten Zähnen aus dem Dschungel vorsprang und dem Elefanten die Branka in den Rüssel schlug. Jetzt erzählte der Baron noch Interessanteres, wie ließ sich man Elefanten fing, indem man durch alte, gezähmte Tiere die Jungen, Wilden und Übermütigen in die Verschläge locken ließ. Die Augen des Kindes sprühten Feuer. Da sagte, ihm war, als viele blitzende Messer vor ihm nieder, die Mama plötzlich mit einem Blick auf die Uhr »Nefer!« »Uli!« Edgar wurde blass vor Schreck. Für alle Kinder ist das »zur Bette geschickt werden« ein furchtbares Wort, weil es für sie die offenkundigste Demütigung vor den Erwachsenen ist, das Eingeständnis, das Stigma der Kindheit, des Kleinseins, der kindischen Schlafbedürftigkeit. Aber wie furchtbar war solche Schmach in diesem interessantesten Augenblick, dass sie ihn solche unerhörte Dinge versäumen ließ. »Nur das eine noch, Mama! Das von den Elefanten! Nur das lass mich hören!« Er wollte zu betteln beginnen, besand sich aber rasch auf seine neue Würde als Erwachsener. Einen einzigen Versuch wagte er bloß, aber seine Mutter war heute merkwürdig streng. »Nein! Es ist schon spät! Geh nur hinauf!« »So er sah's, Edgar! Ich erzähle schon alle die Geschichten des Herrn Barons genau wieder!« Edgar zögerte. Sonst begleitet ihn seine Mutter immer zu Bette. Aber er wollte nicht betteln vor dem Freunde. Sein kindischer Stolz wollte diesem kläglichen Abgang noch einen Schein von Freiwilligkeit retten. »Aber wirklich, Mama! Du erzählst mir alles! Alles! Das von den Elefanten und alles andere!« »Ja, mein Kind!« »Und sofort! Noch heute!« »Ja, ja! Aber jetzt geh nur schlafen! Geh!« Edgar bewunderte sich selbst, dass es ihm gelang, dem Baron und seiner Mama die Hand zu reichen, ohne zu erröten, ob schon das Schluchzen in ihm schon ganz hoch in der Kehle saß. Der Baron beutelte ihm freundschaftlich den Schopf, das zwang noch ein Lächeln über sein gespanntes Gesicht. Aber dann musste er rasch zur Türe eilen, sonst hätten sie gesehen, wie ihm die dicken Tränen über die Wangen liefen. Ende von Kapitel 4 Aufgenommen von Julian Niedermeier Beutelung »W Hermann wir » »W Import stories« »W Lichty« »W Sig Ondert Brot »W valued » Hä unserem »W temper felt »W 》